ich sehe gerade zurück und ich finde es nicht mehr ich sehe dich gerade ich sehe dich gerade mich ja du stehst du mir in der wald rum ja ich stehe gerade echt nur blöd rum wie so ein affe darf ich dich töten darf ich dich töten nein weißt du wo hendrick ist dann hack ich den server weißt du wo hendrick ist nein aber kill ihn bitte hendrick wo bist du sag mal koordinaten ich muss mal ganz kurz weg weil ich einfach nicht immer ein usb-steckplatz drin hinkommen ohne dass man jetzt drunter fällt weil ich nur noch ein kopfhörer habe und andere abgerissen ist egal also bis gleich alles klar sag mal wo du bist warum ja weil ich vielleicht auch den zuschauern zeigen möchte wo du dein haus baust das kannst du dann machen wenn ich es gebaut habe aber noch nicht jetzt warum ich jetzt noch gar nichts gemacht habe ich habe jetzt keinen bock dass du mich wieder extrem nervst ich mache doch gar keinen bock drauf warum sollte ich dich nerven also weil es immer gemacht ich ich tue das immer gemacht um ich habe gehört ich muss ein bisschen erde fahren ich muss ich muss nur ganz kurz weg sein damit man dich nicht mehr nerven kann ist ja voll langweilig alt ich bin johannes ich muss nur ganz kurz weg sein damit man dich nicht mehr nerven kann ist ja voll langweilig alt alles klar nun was sind es für flt dateien was sind es hier ist ein mauer denn die muss sollten mit dem zu machen probierst aber erst mal aus dass du einfach weil schon empfinde den ganzen ordner über kopiert so dass dann klappt ja wo ich erst mal dies war dann auch oder was Prozent bei mir war es dann auf englisch singen habe ich dann nochmal neu installiert hast du ja nein für die johann hast du eine axt dabei zu verlegen nein scheiße ja das braucht ja jetzt ein bisschen das rüber kopieren viertausend dreihundertfünfundsiebzig elemente und 17 gigabyte naja dann einfach mal weiter suchten und wie du mich jetzt schon überdacht hast das ist aber echt wie ich so da so eine anhöhe zu bauen und dann übel weiter runter das ist das war ja ursprünglich mein plan dass du dann so rauskommst und dann gar keine chance saß irgendwie wegzukommen da wir hatten ich hatte ja früher mein klopf zu über hamachi wo er mal so 14 leute mal so drauf waren und da haben wir bei einem auch haben wir immer gemobbt haben wir auch so eine falle gemacht hat ja einer gebaut so eine richtig geile falle wo sie dran steht hier zum diamanten maschine rein und so geht er da so rein dann drückt er den hebel dass er diamanten rauskommen sollen und dann dann fällt er erst mal runter fällt also als erstes muss man da schlafen gehen ja so steht es dran schlafen sonst geht es nicht na war halt noch ein anfänger das ist ein herz und fällt man runter und dann spawnt man und fällt immer wieder runter und immer wieder und immer wieder und immer wieder zu geile hendrik wo bist du dann kann ich dich supporten mit fleisch und so ein scheiß was willst du von mir als würdest du das machen natürlich ich habe hier 15 gebratene schweinefleisch dabei dann habe ich noch rindfleisch und normales schweinefleisch ein minus 41 minus 6 minus 41 da würde ich jetzt gar nicht hingehen der hat dann nur laut alles voller fallen und so nein ich glaube das auch kann ich bin nämlich ganz in der nähe gerade 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 es kam gerade irgendwie gar nicht furz ist blei okay oh gott da ist er schon hier hast ein bisschen erne danke das reicht alter ich war ja ganz bei dir in der nähe das ist ein bisschen das ist die ganze zeit gesehen nö aber der dritte gebrauchten fleisch ein einprozess und ich brauchst du und zwar hier möglich zweiter zweiter sie dürfen erst mal ein danke da ist worden also hier war es heute ein scheiß an ist klar so wie kommt jetzt hier weg Runterspringen. Alles klar. So. Auf geht's wieder nach Hause. Und da ist ein Spalt. Der ist unssacher. Alles gut. Ich kann das schon mal erkunden mit meiner Eisenrüstung. Ich habe auch schon eine verhältnete Eisenrüstung. Nice one. Und Johannes, hast du schon eine Eisenrüstung? Ja. Nö. Doch. Nein. Ich bin da Kühe runter. Nein. Nee, das muss ich mir ein bisschen. Halbisch herz. Ich hatte eins. Und da bist du gestorben. Das war der Zitteraal. Der allbekannte Zitteraal. Aggressiv. Ja. War nicht lustig. Du weißt ja gar nicht, was ich mache. Voll geht es. Witzig nicht. Lalalala. Witzig nicht. Lala. Ja, du bist nicht witzig. Das stimmt. Tja, wenigstens habe ich schon Fackeln, würde ich sagen. Ich auch. Ja, das sage ich dir alle. Das macht dir auch schon zwei Sex Kohle. Ja, ich mache dich auch nicht beliebter. Ja, doch. Eigentlich schon. Also mein Ziel ist es mal so beliebt zu sein wie Ralf Pfleger. Wenn du dir das Video anschaut, der fühlt sich cool. Der fühlt sich Fame, weil er von 100 Leuten angeschaut wird. 400. Ja, die schauen ja nicht alle zu. Das kann ja sein. Das paar inaktiv sind oder so. Du bist gerade am rumlecken. Am lecken. Ja, ein bisschen. Ich. Ja, ich. Ja, wer jetzt Pich oder ich. Der war wirklich gut. Pich oder ich. Ja, nein, du. Aber jetzt geht's wieder. Echt? Ja. Dann ist er jut. Dann ist er jut, jo. In dem Medienmaß. Furz ist Giftgas. 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 Wow, Luigi. Boah, ich hasse es. Diese komischen Ranten da einen immer übelst verlangsamen. Das ist immer ein bisschen nervig. Wenn man gerade so im Float in der Nessung ist. Mr. Shrappelt in der Kiste. In dem Medienmaß. Furz ist Doppelgas. Doppel. Doppel, 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 Doppelgas. Furz macht Doppelspaß. Ja. Nein! Das war jetzt der unlogische Schnitt vor. Ich bin einfach nur gelaufen. Man hat nicht gesehen, dass es runtergeht. Und auf einmal bin ich tot. Ich würde sagen, ihr seid beide schon einmal verreckt. Und ich bin noch nicht verreckt. Jetzt kommt gleich Sky X AP tot. Nein. Ich habe nämlich noch full life, alles full. Alter, jetzt bist du gerade... Ich habe jetzt irgendwie echt... Alter, ich fange jetzt einfach nochmal von vorne an. Ich fange jetzt einfach nochmal von vorne an. Boah, Enderman! Achso, es fängt gerade an zu regnen. Boah, ich denke mir... Aha, portest du dich rum. Ist ein kleiner Spasti. Boah, jetzt fühlst du dich gut, weil du einen Unterschlupf gefunden hast. So doch nicht. Weil ich hasse Enderman so sehr, aber ich habe noch kein Eisenschwert, um den... ...Flexion zu erteilen. So, wo muss ich denn jetzt hier eigentlich hin? Boah, ey. Das ist so schwer, sich hier zurechtzufinden. Echt? Ja, Johannes, echt. Ich habe dich nicht angelogen. Echt? Ich tue jetzt hier die Tentakel hochkrabbeln. Echt? Echt, echt. Alter, heute war es so geil, wie das Musik, ey. Ja, es war so geil. Come on, na. Let's play again. Weil die letzte Stunde durfte mir tanzen, jetzt dürfen wir singen. Es ist so ein Hurensohn. Echt? Alter, das wie du zeige ich ihm. Gibt sich erstmal schön in den 6 reingedrückt. So, mein Sohn. So, mein Sohn. So, mein Sohn. Toll, das wollte ich eigentlich Holzfangen gehen, aber... Nein. Hendrik hat mich angefläht, dass ich ihm Essen bringe. Zäh. Lächerlich. So, jetzt muss ich... What the fuck? Buh, alle. Buh, alle. Och, nö. Ich habe keine... Keine... ...schwert dabei. Ja, das war so genial, klar. Aber ich bin ja Pro. Und renne einfach weg. Nein! Wenn ich jetzt sterbe, dann dürft ihr lachen. Okay. Nein! Das tut ihm nicht gar nicht. Das tut... Wo, 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 wo. Wo, wo, wo. Vergangenheit, der stirbt. Nein, ich habe die drei Herzen. Alles safe, alles safe. Boah, jetzt kommt die. Jetzt kommt die. Ich muss mir kurz was craften, hier. Also, zweieinhalb Minuten spenden wir mal die Aufnahme. Boah, fickt euch. Nein, 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 ich bin tot, ich bin tot. Ja! 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 Fuck! Fuck! Und hier habt ihr gerade gesehen, wie man sich anstellt, wenn man ungünstig ist. Hm! Hm! Nein, gibt es nicht richtig, oder? Nee, ich finde es jetzt, ehrlich gesagt, ganz okay, so. Dass du nochmal von vorne anfangen kannst. Nein, ich habe... Es ist gerade Tag oder Nacht? Es ist gerade Tag. Alter, jetzt... Juhal, jetzt soll man aufgehen zu verarschen, Alter.